Der Name, Margaritifera, Margaritifera. Wir erinnern uns. Margarete. Griechisch Perle. Margaritifera, Margaritifera. Die Flussperlmuschel. Der Blick unter die Wasseroberfläche zeigt es. Eine Muschelbank. Sie leben in Kolonien. Zu vielen. So sehen sie aus. Handteller groß. Flache Schatullen, die aus dem Sediment ragen. Schmale Klapp-Etuis. In leichter Schräglage. Doch aufrecht. Unverrückbar. Nayaden werden sie auch genannt. Nymphen, die über Quellen, Bäche, Seen, Wachen. Das Wasser. Es fließt. Es strömt durch sie hindurch. Die Flussperlmuschel ist vom Aussterben bedroht. Einst waren die mitteleuropäischen Gewässer von hunderten Millionen Muscheln besetzt. Heute sind es in Österreich höchstens noch 10.000 Tiere. Und diese wenigen Exemplare leben beinahe ausschliesslich in Bächen des Mühlviertels. Ihre hohen Ansprüche an die Wasserqualität machen sie verletzlich. Kalkarmes, kaltes, nährstoffarmes, schnellfließendes und sauerstoffreiches Wasser benötigen sie, um zu überleben. Alt können sie werden. Sehr alt. Weit über 100 Jahre. Margarete, wir erinnern uns. Zwar produziert sie Perlen, aber nur etwa jede Viertausendste enthält eine solche. Heute wären das in Österreich zwei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017